Hi zusammen, hier sind Nick und Alex von SimpleClart. Ihr habt die Chance, uns im Kesselhaus in Kolbermoor zu treffen, bei einem Schülerevent von Startup Teens und Stellwerk 18. Und das Ganze ist natürlich kostenlos. Das heißt, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr nach der Schule machen sollt, dann kommt unbedingt vorbei, da wir am 8. Oktober ab 17 Uhr sprechen. Wir mit anderen coolen Gründern zusammen auf der Bühne, für euch darüber, was Unternehmertum bedeutet und was ihr daraus mitnehmen könnt. Das wird richtig, richtig fett und alle Infos findet ihr unter www.startupteens.de und dann sieht man sich hoffentlich bald beim Event. Yes, bis dann.